Subhanana, okay, es ist nicht so, dass Atheisten an gar kein Gott glauben. Die haben einen Gott, die nennen ihn nur anders als wir. Für die ist es der allmächtige Zufall. Ich meine, da ist ja alles möglich mit. Was die Leute im Labor nicht hinkriegen, mit den größten Köpfen der Welt, mit den größten Eierköpfen und Wichsen, Brillen, Aschenbecher, Gurken, Däsermäßig, die alles an technischen Hilfsmitteln haben, kriegen etwas im Labor nicht hin? Nur nicht von der Fliege können die machen. Und der Zufall, der allmächtige Zufall kriegt das hin. Sie nennen ihn nicht Gott, sie beten ihn nicht an, zumindest nicht so, dass sie es ihnen selber bewusst werden, aber sie sagen, der ist allmächtig. Er kriegt alles hin. Echt dieser Zufall, Maschallah.